Hallo zusammen und herzlich willkommen am Basteltisch vom CC2. Die Computertechnik hat in den letzten Jahrzehnten wahnsinnige Schritte nach vorne gemacht. Und es sind heutzutage Sachen möglich, die waren früher vollkommen undenkbar. Aber gleichzeitig, glaube ich, so ein bisschen haben an der einen oder anderen Stelle den Kontakt zum Boden verloren. Was meine ich damit? Nehmen Sie einen Computer aus den 80er Jahren und schalten den ein, dann haben Sie im Regelfall einen Basic-Interpreter, der sich meldet. Und er erwartet von Ihnen, dass Sie ihn programmieren. Und Sie konnten natürlich auch Programme von anderen Leuten laden und die dann ausführen. Aber die Idee, dass Sie tatsächlich verstehen, wie der Computer funktioniert und dass Sie dann ein Programm schreiben und der Computer wirklich mit diesem einen Programm beschäftigt ist, das ist, glaube ich, eine eindrückliche Erfahrung, die auch didaktisch wichtig ist, wenn wir nachfolgende Generationen an Computertechnik heranführen, wenn wir nachfolgende Generationen digital mündig machen wollen. Und dieses Spielen, dieses direkte Erleben von dem, was ich programmiere, dass das dann tatsächlich einen Zug findet in das, was der Computer macht, das geht so ein bisschen verloren, wenn das nur noch irgendwo in einem kleinen Fenster in der Bildschirmecke läuft. Was meine ich damit? Also ich habe aus Wolfgangs Archiv mal einen Computer aus damaligen Zeiten mitgebracht, also in dem Fall ein Pocket Computer, ein TRS-80 Modell 100 und da läuft ein Basic-Interpreter. Er sagt oben OK und wartet auf Eingaben. Jetzt habe ich hier aber schon ein Programm eingegeben und ich sagte, es geht auch so ein bisschen um Didaktik. Ich habe, nicht mit dem Rechner, aber ich habe auf die Art und Weise angefangen, dem Programmieren zu lernen als Grundschüler und da passt dann auch ein Programm, so ein typisches Grundschulprogramm, was auf dem Bildschirm schreibt, wie heißt du, eine Eingabe erwartet und einen dann begrüßt. Und wenn man das dann ausführt, naja, das ist jetzt nicht besonders überraschend, aber ich mache es, also es erwartet schon mehr, dass ich meinen Namen schreibe. Das ist so über Kopf, nicht ganz so einfach. Ein S fehlt noch. Jawohl. Wir haben hier also eine ganz direkte Art und Weise, mit dem Computer zu programmieren, ohne wie man das heute machen würde, dass wir uns erstmal einen Python-Interpreter zum Beispiel suchen müssen oder einen Editor öffnen müssen, um so ein Programm wirklich zu schreiben auf einem heutigen Rechner. Aber ich glaube auch, es gibt von der Idee, von der Philosophie her einen Nachfolger von diesen alten Rechnern. Und das sind die Mikrocontroller. Für mich im Prinzip ein Meilenstein ist der Arduino gewesen. Weil wir haben hier also die Möglichkeit, Sensoren anzuschließen, Display anzuschließen, eine Summe anzuschließen. Er kann also mit der Umwelt interagieren, kann Werte einlesen und entsprechend handeln. Wir haben auch die Möglichkeit, über USB-Ebene sehr einfach zu programmieren, unter Daten dann einen Computer weiterzuleiten. Das ist die eine Sache, die so schön ist da dran. Die andere Sache ist, dass die Programmierung hiervon sehr einfach gemacht wurde. Also es ist zwar in C und C++ zu programmieren, es gibt auch andere Programmiersprachen, aber so war es vorgesehen. Und das sind ja Programmiersprachen, die nicht als besonders leicht gelten. Aber man hat es hier tatsächlich geschafft, diesen C-Dialekt so einfach zu gestalten und die Systemaufrufe im Hintergrund für den Anwender unsichtbar zu machen, dass das eine Sache war, mit denen man wirklich Einsteiger, mit denen man wirklich auch junge Leute das Programmieren lernen konnte. Jetzt schielen Sie wahrscheinlich auf die Überschrift von diesem Video und da steht was von Laura. Und ich rede hier schon seit ein paar Minuten und habe noch gar nichts zu Laura gesagt. Ich komme da hin, geben Sie mir noch eine Minute, denn auch der Arduino hat ja Weiterentwicklungen erfahren. Und wie das oft so ist, wenn etwas gut ist, dann gibt es manchmal Leute, die es dann noch besser machen. Und in dem Fall waren es dann irgendwie mal wieder die Chinesen, die diesen sogenannten ESP32 entwickelt haben. Das ist also auch ein Mikrocontroller. Und Sie sehen hier schon, da ist vorne ein Display drauf und eine Antenne drauf und hier hinten sind noch so ein paar Chips. Nun, dieser Mikrocontroller hat das, was dem Arduino eigentlich immer fehlte und was ihm bis heute in vielen Ausführungen fehlt, vervollständigt, kompletiert. Wenn ich mal eine andere Ausführung von diesem ESP32 nehme, da sehen wir es nämlich. Da steht drauf BLE, also Bluetooth LE, Wi-Fi, also WLAN und LoRa. Also diese Mikrocontroller wurden dann erweitert, um die Konnektivitätsmöglichkeiten, die dem Original-Arduino hier fehlen, weil er im Prinzip nur über USB kommunizieren kann. Und das eröffnet natürlich ganz, ganz neue Türen. Jetzt wissen Sie natürlich, was Wi-Fi, was WLAN ist, Sie wissen, was Bluetooth ist, aber was ist eigentlich dieses LoRa? LoRa steht für Long Range, also große Entfernungen, große Reichweite. Und es verfolgt einen ziemlich anderen Ansatz als WLAN. WLAN ist ja dafür da, in kurzer Reichweite sehr große Datenmengen zu übertragen. LoRa macht das genaue Gegenteil. Man kann damit nur sehr geringe Datenmengen übertragen, aber das eben über große Distanzen. Geringe Datenmengen meint, sie sind schon ziemlich gut, wenn sie ein Kilobyte in der Sekunde übertragen können. Aber diese geringen Datenmengen sind auch notwendig, beziehungsweise nur diese geringen Datenmengen machen es möglich, dass sie auf so große Distanzen Daten übertragen können mit geringer Sendeleistung. Denn wenn wir von großer Sendeleistung reden, wenn wir von irgendwelchen Funkdiensten reden, dann kommen wir ja schnell an die Sache, wo es dann heißt, ja, da brauchen wir jetzt aber eine Genehmigung dafür, die Sachen müssen zugelassen sein. Das ist hier nicht der Fall. Natürlich kann man diese Geräte auch im Amateurfunk einsetzen und dann mit höheren Sendeleistungen betreiben. Aber die Sendeleistungen, die hier möglich sind, wir reden hier von 500 bis 500 Milliwatt, wir kommen da gleich nochmal genauer drauf, die lassen sich komplett lizenzfrei betreiben. Und damit steht natürlich Experimenten Tür und Tor offen. Diese Boards hier mit dem ISP32 Mikrocontroller, die gibt es also, wie ich eben sagte, auch mit LoRa. Nicht alle haben LoRa an Bord, sie müssten dann schon suchen, ESP32 und LoRa. Und Kosten trotzdem nur um die 15 Euro sind damit günstiger, deutlich günstiger als viele von den Arduino Boards. Was schon sehr überraschend ist. Und Sie haben es vielleicht schon gesehen, hier ist also eine doch recht mächtige Antenne dran. Die macht dann auch einen guten Antennengewinn, macht dann gute Reichweite dazu, dann später noch ein bisschen mehr. Vor allen Dingen, wenn wir da mal einen Vergleich nehmen, das hier ist die Antenne, die normalerweise so mitgeliefert wird mit diesen Boards. Und von Anfang ganz nett, aber richtig Experimente machen kann man damit dann eigentlich nicht. Jetzt habe ich hier schon ein zweites Board gezeigt. Das ging jetzt ganz schnell. Und was machen wir? Wir haben hier, wenn Sie es vielleicht eben gelesen haben, da steht LoRa Empfänger drauf. Und ich würde sagen, ich schließe dieses andere Board auch mal an. Ich benutze den Computer im Moment hier als USB-Hub, als Powerbank, er möge mir das verzeihen. Schließe das Board an und sofort erscheint hier was. Da steht jetzt Moin 0 und da unten drunter eine Zahl, minus 87 oder was das ist, minus 67. Und da geht es weiter, Moin 1, Moin 2, das sind LoRa Pakete. Und die von dem anderen Board ausgesendet werden, das ist also der LoRa Sender sozusagen. Und wir können auch mal hier am Computer gucken mit einem SDR uns das Spektrum angucken. Wo ist er denn jetzt? Und da sehen wir immer, da huscht so ein ganz, ganz kurzer Impuls durch. Also das sind diese Signale. Nun habe ich gesagt, diese Mikrocontroller, die sind ja, werden ja verwendet normalerweise zum Messen, Steuern, Überwachen. Und wir haben natürlich die Möglichkeit, letztlich einen Sensor anzuschließen hier und die Daten von dem Sensor zu übertragen. Also beispielsweise, wenn wir irgendwo kein WLAN empfangen haben, wenn wir nicht irgendwie Mobilfunknetz die Kosten dafür aufbringen wollen, wenn es einfach nur darum geht, an irgendeinem Ort kurz irgendwas zu überwachen, Temperatur zu überwachen. Oder denken Sie an eine Alarmanlage, an einer Gartenhütte, die ein bisschen weiter weg steht. Sowas wären ideale Einsatzzwecke für LoRa. Und jetzt habe ich hier zwar keinen Sensor angeschlossen, also Temperatursensor oder sowas, aber diese Boards haben da zwei Knöpfe. Das eine ist der Reset-Knopf und der andere, der ist frei programmierbar. Und da dachte ich mir, dann zeige ich zumindest, also wenn ich auf dem einen Board hier den Knopf drücke, dann dauert es ein bisschen, bis das nächste Paket übertragen wird. Und da steht jetzt also Knopf gedrückt. Das ist ja auch eine Art. Das ist ja im Prinzip so ein Knopf, das ist ja letztlich auch ein Sensor, den man verwenden kann. Jetzt ist es natürlich legitim zu sagen, ich will diesen China-Krempeln nicht, sondern ich habe noch so ein Arduino-Board rumliegen, kann ich damit nicht auch LoRa machen? Ja klar. Es gibt nämlich auch diese Chipsätze, den Sendeempfänger für LoRa alleine zu kaufen. Dann lötet man deine Antenne an und verbindet die über den SPI-Bus mit dem Mikrocontroller. Oder aber auch mit einem Raspberry Pi oder einem anderen Einplatinen-Computer, die unterstützen ja auch diesen SPI-Bus. Und da gibt es auch Hüte dafür quasi, also Platinen, die vorgefertigt sind, dass sie auf den Raspberry passen. Aber meine Erfahrung ist, dass die alle viel, viel teurer sind als diese Mikrocontroller. Nach oben hin ist da alles offen. Da kann man auch Gateways kaufen, die dann mehr als nur einen Frequenzkanal beobachten, empfangen können. Also man kann auch mehrere hundert Euro ausgeben für sowas. Aber zum Experimentieren, zum Basteln, zum Verstehen, zum eben junge Leute in die digitale Welt heranführen, sind eben so 15 Euro Boards letztlich unschlagbar. Und deswegen habe ich mich auch hier für das Video einfach darauf konzentriert. Jetzt muss ich hier den Sender mal vom Netz, vom Strom trennen. Und zwar hat das einen bestimmten Grund. Wir dürfen natürlich nicht überall senden damit. Und es gibt in Europa zwei zugelassene Frequenzbereiche, die wir verwenden dürfen. Da können wir mal gucken. Wikipedia hat das ganz gut und nach meiner Ansicht auch korrekt zusammengefasst. Es gibt den Frequenzbereich bei 434 MHz. Da tummelt sich alles. Da tummeln sich Temperatursensoren, Alarmanlagen, Luftdrucksensoren von Autos und Autoschlüssel und was es sonst noch alles gibt. Da sind also ganz, ganz viele Störungen auf diesem Band. Und deswegen ist es nicht mein bevorzugtes Band für Lora. Der eine Grund. Der andere Grund. Wir dürfen dort nur mit 10 Milliwatts senden. Es ist also ein bisschen wilder Westen. Jeder darf senden. Aber man hat dann gesagt, damit es wenigstens ein bisschen Ordnung gibt, gehen wir mit der Sendeleistung runter. Das andere Band, das in Europa zugelassen ist, ist das Band von 863 bis 870 MHz. Normalerweise, üblicherweise sagt man 868, um das zu verallgemeinern. Und da ist die Ausgangslage ganz anders. Erstens ist da noch deutlich weniger los als im 434 MHz Band. Und andererseits gelten da schon genauere Regeln. Also wir sehen hier schon den Frequenzbereich und dahinter steht dann maximale ERP. Das ist also die maximale Sendeleistung, die dort verwendet werden darf. Und da gibt es auch dahinter den sogenannten Tastgrad. Normalerweise sagt man da Duty Cycle. Was bedeutet das nun? Das ist das Zeitkontingent, was uns zugestanden wird innerhalb einer bestimmten Zeitspanne. Einer Stunde wird normalerweise gerechnet, in dem wir senden dürfen, in dem wir auf Sendung gehen dürfen. Und da sehen wir, das ist schon sehr arg reguliert. Also ein Prozent einer Stunde. Eine Stunde hat 3600 Sekunden. Da dürfen Sie 36 Sekunden lang auf Sendung sein. Was bedeutet das nun in der Praxis? Was muss man sich darunter vorstellen? Nun, damit kann man durchaus so vier bis sechs Mal die Stunde Wetterdaten, Temperatur, Luftdruck und sowas, übertragen. Aber dann ist auch Schicht im Schacht. Dann geht nicht viel mehr. Und wir sehen auch teilweise 0,1 Prozent, also 3,6 Sekunden pro Stunde. Das reicht dann im Prinzip nur noch für eine Alarmanlage, die einmal die Stunde sagt, ich bin betriebsbereit. Und im Notfall dann Alarm auslöst. Und wir haben aber auch da ein kleines Wildwestband. Da dürfen wir dann mit 100 Prozent, aber auch nur mit 5 Millilowatt Leistung senden. Was passiert jetzt, wenn Sie sich nicht daran halten? Naja, je weiter ab Sie vom Schuss wohnen, desto weniger Leute kriegen das mit. Aber es versteht sich natürlich von selbst. Wir wollen alle irgendwie in friedlicher Koexistenz da leben. Und deswegen ist es schon angeraten, dass wir uns daran halten. Im Prinzip ist es auch ein Verstoß, der auf die eine oder andere Weise dann geahndet werden kann. Und deswegen habe ich hier auch eben meinen Sender, der doch relativ oft hintereinander gesendet hat, auch wieder vom Strom genommen, weil er jetzt in den paar Minuten, die er aktiv war, im Prinzip sein Kontingent für eine Stunde schon fast erfüllt hat. Und wir können auch hier sehen, also der Empfänger, der ist dann auch stehen geblieben, der steht jetzt hier bei 9,50. 9,50, nicht 9,50. Und der bleibt auch da, da kommt auch nichts mehr hinterher. Und damit wären wir beim nächsten Punkt, nämlich der Reichweite. Wenn so ein Protokoll schon große Reichweite heißt, dann weckt das natürlich gewisse Erwartungen. Nun, grundsätzlich muss man nochmal physikalisch sagen, die Frequenzen. 434 MHz wäre im Prinzip idealer, weil man je niedriger die Frequenz, desto eher kommt man noch so ein Stück über den Horizont, hinter den nächsten Hügel, hinter den nächsten Baum, hinter das nächste Haus. Aber, wie ich sagte, auf 434 MHz sind wir da ziemlich beschränkt, was die Mitbenutzer angeht, weil es einfach viele Pakete, viele Daten gibt, die um uns herum gesendet werden, auf die wir keinen Einfluss haben, die kreuz und quer laufen, was unsere Übertragung ziemlich sicher stören würde. Auf 868 MHz kommen wir schon deutlich schlechter über die Hügel. Und was ich bei meinen Experimenten bemerkt habe, auch ziemlich schlecht in den Wald hinein. Also, ich habe verschiedene Experimente durchgeführt und ich muss sagen, ein sommerlicher Laubwald frisst extrem viel von dieser Sendeenergie. Also, trotz direkter Sicht, abgesehen von den Bäumen, ist so 400, 500 Meter hinter dem Waldanfang Ende. Da war ich so ungefähr 1,5 Kilometer entfernt, da kam nichts mehr, kamen keine Signale mehr durch. 1,5 Kilometer ist natürlich jetzt nicht so wahnsinnig berauschend, wenn so ein Protokoll so große Erwartungen weckt. Und das ist auch nicht alles, was dieses Protokoll kann. Sie haben vielleicht schon mal Berichte gesehen oder Videos gesehen, wo Menschen Signale, Lora-Signale über 500 Kilometer Entfernung empfangen haben oder aber über 200 Kilometer. 200 Kilometer zum Beispiel, wenn Sender und Empfänger auf hohen Bergen stehen und direkte Sicht haben. Die 500 Kilometer Variante war ein Wetterballon, der natürlich ebenfalls in extrem hoher Höhe war und auf direkte Sicht empfangen werden konnte. Also, auf direkte Sicht hat das hier Potenzial. Und beispielsweise auch die Sendeleistung ist mit 100 BW von diesen Geräten hier so nominell eigentlich auch gar nicht besonders schlecht. Vor allen Dingen, wenn man so ein robustes Protokoll verwendet wie Lora. Aber, sobald wir es mit Hindernissen zu tun bekommen, sinkt diese Reichweite massiv. Und das ist natürlich bei anderen Funksignalen nicht anders. Da ist es noch extremer eigentlich, weil die selten auf Reichweite und mehr auf Datenrate ausgelegt sind. Ich habe ein paar Experimente gemacht. Ich habe ein paar Radtouren gemacht und habe die Reichweite ausgetestet. Wir können da mal eine Grafik, eine Karte einblenden. Und da sehen wir auf dieser ansonsten monochromen Karte einen grün eingezeichneten Bereich. Das ist die theoretische Sichtweite vom Empfängerstandort aus. Der Empfänger war also ortsfest, während ich mich mit dem Sender bewegt habe. Und da sind nun Linien eingezeichnet in blau und in rot. Und blau ist überall da, wo es funktioniert hat. Und rot ist da, wo kein Signal zustande kam. Und da kann ich durchaus sagen, also auch so drei, vier Kilometer Entfernung, wenn mal ein Baum dazwischen ist, wenn mal ein Haus dazwischen ist, oder auch mal eine Hecke, die macht nichts aus, oder ein paar mehr Häuser, das ist kein Problem. Aber sobald die Landschaft komplizierter wird, sobald die direkte Sicht nicht nur ein bisschen fehlt, sondern auch ein bisschen mehr, da ist auf die Entfernung der Erfolg schon deutlich gemindert. Und wenn dann ein kompletter Wald tatsächlich dazwischen ist, dann geht auch mal minutenlang gar nichts, obwohl man vielleicht deutlich näher, vielleicht nur zweieinhalb Kilometer weiter entfernt ist, während es in dreieinhalb bis vier Kilometer Entfernung funktioniert hat, wo die Sicht beinahe gegeben war. Es ist auch klar, wenn man in Orten ist, dann im Häusermeer funktioniert das schlecht. Da kriegt man schlechtere Reporte, schlechtere Empfangsbestätigungen, als wenn man sich im freien Feld befindet. Aber das ist auf jeden Fall eine Sache, die mir weitergeholfen hat, einzuschätzen, wie weit reicht das eigentlich. Ich habe dann noch eine weitere Tour gemacht, bin zu einem Aussichtsturm gefahren. Der Aussichtsturm hat auch wieder fast direkte Sicht von dem Empfangsstandort. Und das ging problemlos auf fünf Kilometer Entfernung, selbst wenn ich auf der falschen Seite vom Aussichtsturm war, wo ich also in der Mitte abgeschirmt war von einem Metallkäfig, selbst das funktionierte problemlos. Also LoRa erfüllt im Prinzip tatsächlich diese Reichweite, die mit anderen Modi überhaupt nicht möglich wäre. Eine andere Sache, die ich interessant fand, war die Topografie. Sehr schwierig, da musste man eigentlich quer durch den Hügel durch. Und da hat es im Nahfeld auf etwa 900 Meter Luftlinieentfernung funktioniert. Auf eine Entfernung, wo ich schon viel experimentiert habe, ob ich da vielleicht eine Verbindung hinbekomme. Zum Beispiel mit WLAN. Und mit WLAN ist einfach 0, nichts zu machen. Es funktioniert nicht, es geht nicht. Ich kriege auf diese Entfernung, auf diese bestimmte Strecke kein WLAN-Signal hin, keine WLAN-Verbindung hin. Während LoRa problemlos, wenn auch natürlich relativ schwach schon, aber mit genug Reserve problemlos lief. Also es ist ein sehr interessantes Protokoll wirklich, wenn es darum geht, einfach nur ein paar Daten zu übertragen. Ich möchte heute gerne auch mal zumindest kurz zeigen, wie man so einen Mikrocontroller eigentlich programmiert, dass er LoRa-Signale sendet oder empfängt. Also was so das einfachste Programm ist, um das zu machen. Und das Gute ist, ich sagte ja am Anfang schon, ich wollte noch mal kurz auf Arduino zu sprechen kommen. Denn zum Erfolg der Arduino-Plattform und dieser Arduino-kompatiblen Geräte, die also fast 100% kompatibel sind mit dem Programmcode, den man für das Original schreibt, gehört auch, dass es Bibliotheken gibt, dass man einfach Sensoren ganz einfach, spielend einfach einbinden kann oder auch Displays wie das hier und dass das einfach läuft. Und genauso ist es auch mit LoRa. Und da schauen wir am besten mal hier auf den Bildschirm. Und da würde ich sagen, man installiert also die Bibliothek und sagt dann hier Beispiele. Das ist übrigens die Entwicklungsumgebung, also die von Arduino bereitgestellte, zur Verfügung gestellte Entwicklungsumgebung, die standardmäßig am besten unterstützt wird. Und dann schauen wir hier weiter und dann sehen wir hier unten zum Beispiel LoRa. Jede Bibliothek, die man installiert, bringt normalerweise Beispiele mit. Und dann können wir hier mal auf LoRa Sender klicken. Und dann bekommen wir sozusagen das einfachste Beispiel, um so ein Ding in die Luft zu bekommen. Ja, und da sehen wir hier oben also Include Statements. Das erste ist Include für den SPI-Bus. Das ist also der Datenbus, mit dem der LoRa Sendeempfänger mit dem Mikrocontroller die Daten austauscht, das Protokoll sozusagen. Und als zweite Bibliothek sehen wir hier LoRa.h, also die LoRa-Bibliothek, die installiert ist, die dieses Beispiel hier mitliefert. Und dann geht es weiter. Hier oben wird erstmal einfach ein Zähler definiert und auf Null gesetzt. Und dann kommt eine Spezialität dieser Mikrocontroller, die man einmal verstanden haben muss und die dann ganz einfach ist. Wenn Sie Strom sehen, dann führen Sie erstmal eine Setup-Routine durch, wo Sachen geregelt werden, Einstellungen konfiguriert werden und so weiter. Und wenn Sie einmal diese Setup-Routine durchlaufen haben, dann gehen Sie weiter in die Loop-Routine, die Schleifen-Routine und führen das, was in dieser Schleife steht, durch, bis Sie irgendwann keinen Strom mehr sehen. Also bis ans Ende Ihrer Tage sozusagen. Und das ist jetzt das, was wir hier sehen. Wir sehen diese Setup-Routine. Und da wird im ersten Fall hier gesagt, die serielle Schnittstelle wird definiert. Braucht man im Prinzip nicht. Aber über die serielle Schnittstelle läuft das Debug. Da sieht man dann, mal gucken, funktioniert das Gerät? Was gibt es denn aus? Was tut es denn gerade? Das könnte man also im Prinzip auch noch hier rausschmeißen und das Programm noch einfacher machen. Das mache ich vielleicht auch. Also das sind diese drei Zeilen, die dann entfernt werden. Und dann bleibt nur noch die Lora-Bibliothek über, die hier initialisiert wird. Und hier hinten ist die erste Stolperfalle. Da steht 915 E6. Das ist die Frequenz. 915 Megahertz wird in den USA, in Amerika, ich glaube in Japan auch, in einigen anderen Ländern verwendet. Dürfen wir in Europa nicht verwenden. Da sind andere Dienste drauf. Da würden wir andere Dienste stören. Könnte irgendwann mal Mekka geben. Also das müssten wir dann, da müssten wir uns dann hier im Hintergrund, was noch offen ist von Wikipedia, eine Frequenz aussuchen. Ich sage jetzt einfach mal 867. Das ist ja jetzt nur ein Trockenbeispiel. Was hier hinten steht, Lora failed. Das würde nur passieren, wenn diese Bibliothek Lora nicht aktivieren könnte. Also wenn keine Kommunikation über diesen SPI-Bus zwischen dem Mikrocontroller und dem Lora-Sendeempfänger, also beispielsweise auch bei einem Arduino, mit diesem Teil, was ich eben schon gezeigt habe, möglich wäre. Nur dann würde das passieren. Ansonsten ist alles gut. Damit ist die Setup-Routine abgehandelt und wir kommen in die Loop-Routine. So, und hier sind wieder serielle Ausgaben. Das, was ich eben meinte, also ein Debug. Eine Debug-Ausgabe, den Counter, der Zähler wird hier ausgegeben. Selbst das könnten wir entfernen. Und dann ist hier einfach nur ein Kommentar-Send-Packet. Also, dass jetzt hier das Paket, das Lora-Datensignal gesendet wird, das könnte man im Prinzip auch noch entfernen. So, und dann ist hier nur noch die Nomenklatur übrig geblieben, wie diese Lora-Bibliothek bedient werden möchte. Also, da wird ein Paket geöffnet. Dann wird in dieses Paket Hello reingeschrieben. Und dann die Zahl des Counters. Und dann wird das Paket beendet. Und das signalisiert dieser Bibliothek, jetzt schickt das Paket mal los über Lora zum Empfänger. Und dann wird der Zähler hochgesetzt. Und da unten wird 5 Sekunden lang gewartet. Das ist alles. So einfach lässt sich im Prinzip so ein Mikrocontroller programmieren. Naja, in der Theorie. Das ist ja das Beispiel, das Minimalbeispiel. Wenn wir uns das jetzt hier angucken. Ich habe das dann hier mal modifiziert. Das sieht dann so aus. Und da ist es dann schon ein bisschen komplexer. Das Hello habe ich durch Moin ersetzt, hier unten beispielsweise. Und hier ist das, was ich eben gezeigt habe. Also, wenn der Knopf gedrückt wird, dann wird das eben über Lora gesendet, anstatt das Moin, das hier unten zu sehen ist. Komplizierter ist es dann mit dem Display. Das Display hat hier oben eine eigene Bibliothek, die eingebunden werden muss. Darunter müssen dann noch die Ports definiert werden, unter denen der Mikrocontroller das Display erreicht. Und dann die Schriftart definiert werden. Da ist dann dieser Zeichen, dieser Text-Lora-Empfänger, der zu sehen ist. Der wird auf dem Bildschirm geschrieben. Und dann werden hier unten die Daten empfangen. Die Daten werden für das Display aufbearbeitet. Und hier beispielsweise wird der Cursor, also die Position auf dem Display, gesetzt und die Daten ausgegeben. Das ist dann schon nicht mehr ganz so einfach. Vor allen Dingen, die Daten aus der einen Bibliothek zu nehmen und dann in die andere Bibliothek zu schreiben. Da müssen dann nämlich teilweise die Variablen umgewandelt werden, in Strings hier beispielsweise, damit das funktioniert. Das ist dann nicht mehr ganz so einsteigerfreundlich. Aber auch da gibt es viele Beispiele im Internet. Da wird einem geholfen, wenn man entsprechend sucht. Ich kann Sie also nur ermutigen, sich einfach mal damit zu beschäftigen, weil es einfach großen Spaß macht. Ja, kommen wir zu einer anderen Sache. Kommen wir vielleicht zu einer verrückten Sache, wofür das eigentlich gar nicht gedacht ist. Aber so als Rausschmeißer möchte ich es zeigen. Weil hier steht so eine große Kiste im Amateurfunk, im großen Funk sozusagen, wo man Lizenzen brauchte. Da gab es das sogenannte Packet Radio Protokoll. Und über Packet Radio konnte man mit Mailboxen kommunizieren, und mit anderen Funkamateuren kommunizieren und so weiter. Und das lief hier, das sieht man hier vorne irgendwo da, 9600 Volt. Das lief also ähnlich langsam wie LoRa heute. Und da dachte ich mir so, darüber ging dann auch, wenn auch im Schneckentempo, ging dann TCP-IP. Und ich dachte mir so, kann man über so ein Protokoll wie LoRa nicht vielleicht auch TCP-IP übertragen? Also tatsächlich eine richtige Internet, also eine richtige Netzwerkverbindung, wie sie ganz modern ist, aufbauen. Und in der Tat geht das. Und dafür muss ich hier ein bisschen umbauen. Ich muss hier ein anderes Gerät anschließen. Und habe auf dem Nachbartisch einen Computer stehen. Und da ist auch so ein Mikrocontroller angeschlossen. Nun, welchen Sinn hat das? Wir verwenden diese Mikrocontroller jetzt also als Funkmodem von Computer zu Computer mit der Technologie, mit dem grundlegenden Protokoll, was früher die Funkamateure in Packet Radio oder in manchen Ausnahmefällen auch heute noch verwenden. Und wir haben also hier ein anderes, ein neueres Modell von diesen Mikrocontrollern angeschlossen. Und können jetzt hier sagen, ich muss gucken, ich habe das Modem jetzt initialisiert und es ist jetzt unter Linux eine Netzwerk, eine richtige Netzwerkschnittstelle geworden mit einer IP-Adresse. Und wenn alles gut geht, dann können wir jetzt sogar einen Ping versuchen. Und ich rufe im Hintergrund, hole ich mir mal den WireShark dazu. Der soll so ein bisschen beobachten, was da alles passiert. Ja, da ist der erste Ping erstaunlich schnell mit 3,7 Sekunden. Normalerweise sind wir da so im Bereich um die 6 Sekunden. Ich lasse das mal ein bisschen weiterlaufen. Also es ist tatsächlich möglich, über LoRa, also auf dem LoRa-Protokoll, ein AX25-Protokoll, nämlich dieses uralte Packet Radio-Protokoll aufzusetzen und da oben drauf dann nochmal TCP-IP aufzusetzen. Es ist der totale Overkill auf die eine oder andere Weise. Aber es geht ja hier darum, zu spielen und zu verstehen und zu experimentieren. Es ist nicht das Protokoll, bei dem Sie fragen sollten, ja warum denn überhaupt? Das ist dann letztlich so wie einen Angler zu fragen, warum er Fische angelt, wenn er doch auch in den Supermarkt gehen könnte. Ich möchte noch eine andere Sache zeigen und zwar, ich habe ja von diesem AX25-Protokoll gesprochen, was da drunter liegt und da können wir, wie man früher gesagt hat, einen anderen Rechner connecten und ich hoffe, es funktioniert jetzt. Ich connecte, ich versuche mich zu connecten auf dem anderen Rechner. Das sieht soweit gut aus und jetzt können wir auch mal auf den anderen Rechner schalten und wenn ich jetzt hier einen Text eingebe, dann sollte diese auch bald auf dem anderen erscheinen und jetzt gehe ich mal hier rüber und tippe hier mal auch einen Text und schicke den los und dann erscheint dieser Text hier. Das ist ziemlich trivial, aber es ist eben auch möglich, was ebenfalls möglich ist, zu sagen, naja, ich will da nicht mit jemandem chatten, was wir hier gemacht haben, sondern ich hätte gerne Zugriff auf das System. Also ich möchte diese Verbindung sozusagen als Terminal benutzen und jetzt muss ich mich hier identifizieren mit meinem Passwort und mit ein bisschen Glück, da kommen wir, jetzt sind wir, haben wir quasi eine Terminal-Emulation. Ich bin auf dem anderen Rechner und ich kann jetzt normale Linux-Befehle ausführen. Da ist also eine Datei, die heißt Beispiel, die zeige ich mir mal an. Das ist also nicht besonders sinnvoll. Ich kann mir einen Kalender von diesem Monat anzeigen lassen, wenn ich das möchte. Auch das kommt an, Sonderzeichen, Steuerzeichen sind natürlich hier nicht möglich und auch komplexere Programme, also wenn ich menügeführte, textbasiert menügeführte Programme aufrufen will, dann kriege ich hier auch Mecker. Aber ja, es ist irgendwo ein bisschen verrückt, was eigentlich möglich ist. Also, experimentieren macht damit auf jeden Fall Spaß und Sie haben sicherlich die eine oder andere Idee, was Sie damit umsetzen können. Sei es irgendwie ein Vereinslokal, was so zwei, drei Kilometer entfernt ist, wo nur selten jemand vorbeiguckt, wo Sie eine Alarmanlage installieren wollen oder wo Sie eine Nachricht bekommen möchten, wenn eine Maus in der Mausefalle ist oder sowas. Und ich habe über eine Sache noch gar nicht gesprochen. Also, es steht hier auf dem einen Dingen drauf, können wir gucken, da steht ja oben ist irgendwie Wi-Fi, BLE, Lora und unten steht LoraWarn. Also, es gibt nicht nur dieses nackte Lora-Protokoll, sondern es gibt auch noch ein Protokoll, was quasi da oben drauf sitzt, was so ein bisschen Routing machen kann und was dann zusätzliche Optionen hat, wie Verschlüsselung und dass Sie auch zentrale Daten, zentrale Server haben. The Things Network ist da ein Beispiel, sodass, ähnlich wie beim Freifunk, überall Gateways stehen, auf die Sie Zugriff haben. Und diese Gateways, die empfangen Signale, die sind codiert mit einer entsprechenden Adresse, wozu sie gehören, wohin sie gehen sollen. Und die werden dann weitergeleitet an eine zentrale Server. Und Sie müssen also dann quasi keine eigene Empfangsinfrastruktur aufbauen, beziehungsweise Sie können im Prinzip durchs Land fahren und irgendwo ein Signal absetzen und das wird mit ein bisschen Glück empfangen. Das Netzwerk ist noch sehr löchrig. Ob es jemals richtig volle Abdeckung haben wird, ist die andere Frage. Aber das ist eben auch so eine Idee, die man machen kann. Und auch Katzentrecker sind im Prinzip möglich. Wo läuft die Katze nachts rum im Garten oder wo geht sie in die Nachbargärten, wie groß ist der Radius, zusammen mit dem GPS-Empfänger. Denn das, was ich gar nicht gezeigt habe eben, das ist, das müssen wir hier ein bisschen aufräumen. Ich habe ja gesagt, ich habe Empfangsreichweitenversuche gemacht und da bin ich also hingegangen, habe mir so ein Board, das ist also eins mit LoRa, aber ohne Display, und habe mir hier einen GPS-Empfänger dran gebaut. Der bekommt hier Strom von der Mikrocontroller-Platine plus minus und dann wird über die Serie eine Schnittstelle übertragen. Das heißt, der hat RXD und TXD, also insgesamt vier Leitungen. Hier ist die GPS-Antenne und die andere Antenne, die habe ich jetzt hier gar nicht angeschlossen im Moment, die ist in Verwendung woanders. und hier unten haben diese Boards üblicherweise, ja, so kann man es besser sehen, da unten haben diese Boards üblicherweise einen Anschluss, dass man da einen 18650er Akku oder einen anderen 3,7 Volt Akku anschließen kann und dann läuft es damit. Die Nominalspannung davon ist 3,3 Volt, das heißt 3,7 Volt ist eine ziemlich ideale Spannung dafür und die haben sogar einen Laderegler drauf, dass sie diese Akkus laden können. Hier Vorsicht, bei den frühen Borddesigns, die waren schlecht designt. Die haben teilweise nicht abgeschaltet mit ihrem Laden, also die würden dann geladen werden, wenn sie über USB das Bord verbinden. Die haben nicht abgeschaltet, wenn der Akku voll war. Das kann den Akku natürlich beschädigen oder zu noch Schlimmerem führen. Auch andere Sachen waren in den frühen Borddesigns und da gehört dieses hier dazu, während dieses hier schon eine deutliche Weiterentwicklung ist davon. Da war es auch so, man kann diese Mikrocontroller in einen Tiefschlaf setzen. Das heißt, wenn so ein Mikrocontroller nur an der Batterie hängt und jede Viertelstunde mal irgendwas überprüfen muss, dann schläft es in der Zwischenzeit und benötigt nur wenige Mikroampere an Strom, damit er sich selbst wieder aufwecken kann oder auf ein externes Signal, ein Ereignis reagieren kann, was ihn erreicht. Und diese Borddesigns waren so schlecht, dass die ganze Peripherie drumherum, also Sie haben ja gesehen, dass hier so einige Chips drauf sind und ein USB-Spannungswandler von 5 Volt auf 3,3 Volt und der Lora-Chip und sowas. Und das war nicht besonders clever durchdacht. Und da haben diese Dinger dann doch so 10, 12 mA gefressen im Tiefschlaf. Und das würde natürlich eine Verwendung, wenn so ein Akku vielleicht Monate halten würde, würde der auf die andere Art und Weise vielleicht gerade mal ein paar Tage halten. Also das ist dann definitiv ein großer Nachteil, wenn man nicht aufpasst, wenn man nicht ab und zu mal misst, ob das alles so ist, wie es sein sollte. Jetzt sollte hier das Ende sein. Ich hoffe, dieser sehr kurze Überblick, dieser sehr kurze Eindruck hat Ihnen gefallen. Sie konnten da was mitnehmen und Sie haben vielleicht Lust bekommen, mal wieder ein bisschen zurück zu den Anfängen zu gehen. Hier mit so einem Mikro-Controller, es kann ja auch durchaus der Arduino sein, und mit Lora, mit einer Datenübertragungsart, die, ja, wo man noch richtig reinfassen kann, die man noch richtig anfassen kann und wo man tatsächlich noch richtig versteht, was da eigentlich passiert. Ich wünsche Ihnen alles Gute. In zwei Wochen kommt unser nächstes Video, wie Sie uns unterstützen können. Das sehen Sie gleich auf der nachfolgenden Tafel. Und danke schön. Bis dahin. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020